Da rauschen sie dahin, die Autos. Alle brav auf der Entfahrtrichtung rechten Straßenseite. Prompt drängt sich ein Güterzug ins Bild, auch er rechtsbündig unterwegs. Auf welcher Straßenseite man sich als Verkehrsteilnehmer zu bewegen hat, lernen wir bereits als Kinder. Doch wie läuft es auf der Schiene? Das ist das Thema dieses Films, dessen Inhalte für Eisenbahner alte Hüte sein dürften. Aber interessierten Zaungästen vielleicht die eine oder andere neue Information bieten. Es geht um die Fahrordnung auf der freien Strecke. In der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung heißt es dazu unter § 38 auf zweigleisigen Bahnen ist rechts zu fahren. Die Fahrdienstvorschrift ergänzt auf zweigleisigen Bahnen ist auf der freien Strecke in der Regel rechts zu fahren. Gewöhnliche Fahrtrichtung. Dieser Passus bezieht sich also ausdrücklich nicht auf Bahnhöfe als Gegenstücke zur freien Strecke. Sowohl EBO als auch FV nennen Gründe, aus denen von der Fahrordnung abgewichen werden kann. Unter anderem zur Bedienung einer Anschlussstelle oder eines Bahnhofs, die nur an ein Streckengleis angebunden sind, zur Durchführung von Arbeits- und Hilfszügen oder zurückkehrenden Schiebeloks, sowie bei Gleissperrungen, beispielsweise wegen eines liegengebliebenen Zuges, Fahrbahn- oder Oberleitungsschadens. Bei ständig eingerichtetem Gleiswechselbetrieb reicht als Grund bereits die Beschleunigung des Betriebs. Etwa eine Überholung, die Schaffung von Zugpausen für Instandhaltungsarbeiten oder das Umfahren gestörter Fahrwegelemente wie Signalen und Weichen. Zum Auftakt sind einige im Folgenden häufig verwendete Begriffe zu definieren. Während zweigleisige Strecken heutzutage aus einem Regel- und einem Gegengleis bestehen, waren hierfür jahrzehntelang die Bezeichnungen »richtiges« und »falsches« Gleis üblich, die sich bis weit ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. 1990 ersetzte die »Reichsbahn« sie durch rechtes und linkes Gleis, während die »Bundesbahn« die althergebrachten Ausdrücke beibehielt. Auch nach Gründung der Deutschen Bahn AG galten in Ost und West unterschiedliche Termini, die erst 2003 angeglichen wurden. Im weiteren Verlauf dieses Films verwende ich die aktuellen Begriffe »Regel- und Gegengleis«. Lediglich im Rahmen »Signalhistorische Exkurse« nutze ich die zeitgenössischen Bezeichnungen. Dass auf zweigleisigen Strecken im Regelbetrieb jedes Gleis nur einer Fahrtrichtung dient, hat zunächst einmal praktische Gründe, denn die Kapazität der Infrastruktur ist am höchsten, wenn alle Züge derselben Richtung dasselbe Gleis nutzen. Spätestens seit der Ausbreitung von Stellwerken ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fallen aber auch finanzielle Aspekte stärker ins Gewicht. Einfahrten von der Strecke in den Bahnhof und Ausfahrten aus dem Bahnhof auf die Strecke erfordern je nach Komplexität der Gleisanlagen mehr oder weniger umfangreiche Sicherungstechnik. Für jede gewünschte Fahrbeziehung sind Abhängigkeiten zwischen Signalen, Weichen und so weiter einzurichten, was sich negativ auf den Geldbeutel des Infrastrukturbetreibers auswirkt. Daher beschränkte man sich auf die signalmäßige Nutzung des Gleises der gewöhnlichen Fahrtrichtung – in Deutschland also rechts. Entsprechend wurden die Signalanlagen und die dahinter stehende Stellwerkslogik gestaltet. Bahnhöfe an zweigleisigen Strecken erhielten lediglich am Regelgleis ein Einfahrsignal, über das auf gesicherten Fahrstraßen in verschiedene Bahnhofsgleise gefahren werden konnte. Umgekehrt konnten theoretisch zwar sämtliche Bahnhofsgleise mit Ausfahrsignalen ausgestattet sein, Fahrstraßen wurden jedoch nur ins Regelgleis projektiert. Im Bahnhof gibt es, wie eingangs angedeutet, weder Regel- noch Gegengleis. Sofern die Infrastruktur es zulässt, kann der Fahrdienstleiter jedes Gleis so nutzen, wie es der Fahrplan für Zugmeldestellen vorsieht oder wie es in der jeweiligen Situation zweckmäßig ist. Sollte aus den oben genannten Gründen doch einmal von der Fahrordnung auf der freien Strecke abgewichen werden, war dies ursprünglich nur mit erhöhtem Aufwand und großem Zeitverlust möglich. Die Züge mussten am Ausfahrsignal des Bahnhofs oder dem Blocksignal einer Abzweig- bzw. Überleitstelle stoppen und einen schriftlichen Befehl entgegennehmen, der sie zum einen beauftragte, das Gegengleis zu befahren und ihn zum anderen gestattete, das haltgebietende Signal zu passieren. Derartige Fahrten wurden oft auf bloß hilfsweise gesicherten Fahrwegen durchgeführt und unterlagen auch nicht der Deckung des Streckenblocks. Sofern bei Zulassung der Fahrt auf die Strecke noch keine Zustimmung zur Ein- oder Weiterfahrt auf der benachbarten Betriebsstelle enthalten werden konnte, wurde in Höhe des dortigen Einfahr- oder Blocksignals, seit 2014 durch eine am Gegengleis aufgestellte Trapeztafel gekennzeichnet, ein weiterer Halt zur Befehlsübermittlung erforderlich. Und obwohl die letzten Sätze in der Vergangenheitsform stehen, weil dieses Verfahren seit mindestens 70 Jahren nicht mehr den Stand der Technik darstellt, existieren hierzulande eine Reihe zweigleisiger Hauptbahnen, auf denen das bis heute genau so funktioniert. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war dieses Prozedere die einzige Möglichkeit, das Gegengleis mit legalen Mitteln zu nutzen. Natürlich wäre es technisch keine große Sache gewesen, eine zweigleisige Strecke wie zwei Eingleisige zu betreiben, also jeden Schienenstrang so auszurüsten, dass signalmäßige Fahrten in beide Richtungen möglich sind. Das hätte allerdings die Schaffung zusätzlicher Fahrstraßen und Blockeinrichtungen erfordert. Stichwort Geldbeutel. 1951 richtete die Bundesbahn auf dem Abschnitt Bebra-Kornberg an der Nord-Südstrecke erstmalig Gleiswechselbetrieb GWB ein. Für die Fahrt im Gegengleis war nun kein Befehl mehr erforderlich. Die Zustimmung des Fahrdienstleiters erfolgte durch Fahrtstellung des Hauptsignals, das durch einen Gleiswechselanzeiger ergänzt wurde, dem Auftrag zum Befahren des Gegengleises, gültig bis zum nächsten Bahnhof bzw. der nächsten Abzweig- oder Überleitstelle. Dieses Zusatzsignal tauchte sowohl bei der Bundes- als auch der Reichsbahn erstmalig in den Signalbüchern von 1959 auf, in der BRD als ZS6, in der DDR als ZS7. Die Ein- oder Weiterfahrt auf der Nachbarbetriebsstelle wurde durch neu aufgestellte Hauptsignale am Gegengleis zugelassen. Dieses Verfahren beschleunigte die Betriebsführung ungemein, weil das gegebenenfalls mehrmalige Anhalten zur Befehlsaushändigung entfiel. Insbesondere bei Störungen oder Bauarbeiten erwies sich der GWB als hilfreich. Das ZS6 ist übrigens nicht bloß eine nette Beigabe, auf die auch mal einfach so verzichtet werden kann, sondern ein durchaus wertvoller Informant des Lokführers. Während sämtliche Signale normalerweise rechts vom oder über dem Regelgleis stehen, sind sie bei Fahrten im Gegengleis links zu finden. Kann ein Hauptsignal nicht dort platziert werden, wo der Lokführer es zu erwarten hat, wird dies durch eine Schachbretttafel kenntlich gemacht. Vor allem in unübersichtlichen Bereichen, aber auch allgemein bei Dunkelheit oder unsichtigem Wetter, ist es immens wichtig, dass der Fahrensmann weiß, wohin er den Blick schweifen lassen muss, um die für seinen Zug geltenden Signale zu identifizieren. Die Nord-Südstrecke wurde Anfang der 1960er Jahre elektrifiziert und mit modernen Stellwerken ausgestattet, die überwiegend nicht über GWB verfügten. Auch andernorts in der BRD schossen Relaisstellwerke seinerzeit wie Pilze aus dem Boden. Die Ausrüstung der Strecken zum signalmäßigen Befahren des Gegengleises unterblieb jedoch meist. Vielfach wurde der GWB erst Dekaden später ergänzt. Selbst 70 Jahre nach seiner Erfindung existieren quasi in Sichtweite der primären Strecke Bebra-Kornberg Abschnitte ohne GWB, beispielsweise nur zehn Kilometer nördlich zwischen Sontra und Bad Soden-Allendorf. Weil die GWB-Einrichtung mit erheblichen Kosten verbunden war, der Falschfahrbetrieb den zunehmenden Verkehr jedoch enorm behinderte, entwickelten die deutschen Bahnen Ende der 60er Jahre in bemerkenswertem Gleichklang eine Mischform, den signalisierten Falschfahrbetrieb, SFB. Diese vergleichsweise preiswerte Streckenausstattung hatte den vom GWB bekannten Vorteil, dass auf Befehle verzichtet werden konnte. Nachteilig war es, dass das Sicherheitsniveau unter dem des GWB lag. Zwar erhielten Spurplanstellwerke Zughilfsstraßen für die Einfahrt vom bzw. Ausfahrt ins Gegengleis. Eine blocktechnische Sicherung der Fahrten existierte jedoch nicht, sodass theoretisch zwei Züge aufeinander losgelassen werden konnten. Die Bundesbahn nutzte als Auftrag und Zustimmung zur Fahrt das Falschfahrtauftragssignal ZS8 in Form eines blinkenden Ersatzsignals ZS1. Für Ausfahr- oder Blocksignale mit ohnehin vorhandenem ZS1 waren lediglich Schaltungsänderungen erforderlich. Für die Ein- oder Weiterfahrt auf der Nachbarbetriebsstelle wurden in Höhe des Einfahr- respektive Blocksignals Lichtsperrsignale oder niedrigstehende Hauptsignale installiert, die bloß HP0 oder SH1 bzw. HP0 mit ZS1 oder auf Abzweig- und Überleitstellen ZS8 zeigen konnten. Dieses zog 1972 ins Signalbuch ein, bis 1986 unterteilt in ZS8A und 8B. Ersteres das blinkende ZS1, letzteres ein blinkendes SH1, von dem ich nicht weiß, ob es das tatsächlich jemals irgendwo gegeben hat. Die Reichsbahn beschritt bei der Signalisierung geringfügig andere Wege. Zur Anzeige des 1971 eingeführten und ebenfalls als ZS8 bezeichneten Falschfahrtauftragssignals fand hier ein dem Gleiswechselanzeiger ähnelndes Zusatzsignalanwendung. Unterschied? Beim GWB erschien der von rechts nach links steigende Lichtstreifen als Standlicht, beim SFB blinkte er. Die Einfahrt in den Nachbarbahnhof erfolgte auf ZS1. Übrigens, Parallelfahrten zweier Züge, etwa zum Zwecke der beliebten fliegenden Überholung, sind bis auf wenige Ausnahmen nur bei ständig eingerichtetem Gleiswechselbetrieb zugelassen. Beim Fahren auf dem Gegengleis mit Befehl oder ZS8 gelten andere Spielregeln. Hier muss, bevor ein Zug ins Gegengleis fährt, der Fahrdienstleiter das Befahren des Gegengleises einführen, was zur Folge hat, dass alle Züge der jeweiligen Richtung das Gegengleis nutzen. Bevor wieder ein Zug auf dem Regelgleis abgelassen wird, ist das Befahren des Gegengleises aufzuheben. Punktsieger ist der GWB auch hinsichtlich der zugelassenen Geschwindigkeiten. Beim GWB hängt das Überleittempo vom Radius der im abzweigenden Strang genutzten Weichen ab. Auf der Strecke ist Fahrplangeschwindigkeit erlaubt. Beim Fahren auf dem Gegengleis mit Befehl oder ZS8 gilt beim Passieren der Signale bzw. der Trapeztafel sowie im eventuell anschließenden Weichenbereich Tempo 40. Auf der freien Strecke waren bis 2003 generell höchstens 100 kmh gestattet. Seitdem ist Fahrplangeschwindigkeit zugelassen. In den entsprechenden Unterlagen sind die Angaben für das Gegengleis in Winkel gesetzt. Und da taucht die 100 nach wie vor verdammt häufig auf. Wie bereits erwähnt nahm die Reichsbahn 1990 Abkehr von den traditionellen Begriffen. Fortan hieß der Falschfahrbetrieb Linksfahrbetrieb mit Befehl, der SFB Linksfahrbetrieb mit Signal ZS8 und der Gleiswechselbetrieb Linksfahrbetrieb mit Signal ZS7. Die zugehörigen Signalbezeichnungen änderten sich von Falschfahrtauftragssignal zu Linksfahrtersatzsignal und von Gleiswechselanzeiger zu Linksfahrtauftragssignal. Das Zusammenwachsen der deutschen Bahnen erforderte eine Harmonisierung, wobei ein entscheidender Schritt 2003 vollzogen wurde. Falschfahrbetrieb und Linksfahrbetrieb mit Befehl wurden zu Fahren auf dem Gegengleis mit Befehl. SFB und Linksfahrbetrieb mit Signal ZS8 zum Fahren auf dem Gegengleis mit Signal ZS8 sowie Gleiswechselbetrieb und Linksfahrbetrieb mit Signal ZS7 zu, aufgepasst, Fahren auf dem Gegengleis mit Hauptsignal und Signal ZS6 im Westen oder ZS7 im Osten ständig eingerichtet. Damit empfehlen auch endgültig die Begriffe Richtiges und Falsches sowie Rechtes und Linkes Gleis. Unterschieden wird generell nur noch in Regel- und Gegengleis. Erst 2006 erhielt das bisher als Falschfahrtauftragssignal bzw. Linksfahrtersatzsignal bezeichnete ZS8 den neuen Namen Gegengleisfahrtersatzsignal. Im selben Atemzug wurden Gleiswechselanzeiger und Linksfahrtauftragssignal zum Gegengleisanzeiger, zunächst weiterhin mit dem Kürzel ZS6 im Westen und ZS7 im Osten. Seit Ende 2008 schimpft sich der Gegengleisanzeiger deutschlandweit ZS6. 2012 wurde das Wort Ungetüm Fahren auf dem Gegengleis mit Hauptsignal und Signal ZS6 ständig eingerichtet, wieder durch den guten alten Gleiswechselbetrieb ersetzt. Aus der Eisenbahner Umgangssprache war er ohnehin nie verschwunden und auch in der EBO fand er sich ununterbrochen. Eine Sonderform des Abweichens von der Fahrordnung bot sowohl bei der Bundes- als auch der Reichsbahn der zeitweise eingleisige Betrieb, ZEB, der bei länger dauernden Baustellen eingerichtet wurde. Eine zweigleisige Strecke wurde vorübergehend als eingleisig deklariert, was interessant wurde, wenn sie nicht mit Gleiswechselbetrieb ausgerüstet war. Die Stellwerkstechnik musste dann so angepasst werden, dass das Betriebsgleis in beiden Richtungen signalmäßig befahren werden konnte. Dies erforderte den Einbau eines Erlaubniswechsels und die Schaffung zusätzlicher Fahrstraßen. Eine Spezialität der Reichsbahn war der zeitweise eingleisige Behelfsbetrieb, ZEBB, der bei stundenweisen Gleissperrungen zum Einsatz kam, wobei die Signalanlagen nicht der veränderten Situation angepasst wurden. Ein- und Ausfahrten erfolgten auf Ersatzsignal. Durch die La, die Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten wurden räumliche und zeitliche Begrenzung des ZEB und ZEBB, abweichende Signalstandorte und so weiter den Lokführern bekannt gegeben. 2003 verschwanden die beiden Begriffe aus dem Regelwerk. Stattdessen gab es bei größeren Bauarbeiten Fahren auf dem Gegengleis mit Hauptsignal und Signal ZS6 bzw. ZS7 vorübergehend angeordnet, im Gegensatz zuständig eingerichtet. Seit 2012, kurz und knapp, Gleiswechselbetrieb vorübergehend angeordnet. Eine zweigleisige Strecke bleibt also vom Charakter her zweigleisig, wenn gleich baubedingt nur eingleisig nutzbar. Wie beim früheren ZEB sind bei fehlendem GWB Umbauten an den Stellwerken unerlässlich, um signalmäßig ein- und ausfahren zu können. Da wir es aber unverändert mit einer zweigleisigen Strecke zu tun haben, werden Gegengleisanzeiger erforderlich. Der Infrastrukturbetreiber kann es sich aber auch einfach machen und eine zweigleisige Strecke monatelang Totalsperren. Das erspart die Formulei an Stellwerken und Signalen sowie den La-Eintrag. Auf ein paar Sondersituationen sei noch hingewiesen. Unter Umständen ist es möglich, dass der Gleiswechselbetrieb nicht für beide Gleise eingerichtet ist. Man spricht dann von einseitigem GWB. In der anderen Richtung wird das Gegengleis je nach Streckenausrüstung mit Befehl oder ZS8 befahren. In bestimmten Fällen, häufig dort, wo Bereiche mit alter und neuer Stellwerkstechnik aneinanderstoßen, kommt es vor, dass ein Zug nur auf Befehl oder ZS8 ins Gegengleis ausfahren, auf der Nachbarbetriebsstelle jedoch signalmäßig einfahren kann. An einigen Abzweig- und Überleitstellen erscheint im Fahrplan der Züge der Eintrag ohne ZS6. Der Auftrag zur Fahrt im Gegengleis wird dort nicht per Gegengleisanzeiger erteilt, sondern ergibt sich aus der Stellung des Hauptsignals. Bei uneingeschränkter Fahrt, etwa HP1 oder KS1 ohne Zusatz, bleibt der Zug im Regel- oder Gegengleis. Bei HP2 oder KS1 mit leuchtendem Geschwindigkeitsanzeiger wechselt er in das jeweils andere Streckengleis. Liebe letztendlich noch zu klären, was passiert, wenn mehrere Strecken parallel laufen. Die Rechtsfahrordnung bezieht sich immer auf die maximal zwei Gleise einer Strecke. Entscheidend ist in diesen Fällen also, welches Gleis welcher Strecke zugeordnet ist. Wenn die beiden Gleise derselben Strecke direkt nebeneinander liegen, sieht das so aus. Wenn stattdessen die jeweiligen Richtungsgleise beider Strecken benachbart sind, verhält es sich so. Ja, das war sie, die 3G-Regel deutscher Eisenbahnen. Gegengleis mit Befehl, Gegengleis mit Signal ZS8, Gleiswechselbetrieb. Ganz ohne Inzidenzwerte, Intensivbetten und Impfquote. Jetzt kühlt ihr erstmal eure rauchenden Hirne und ich meine ausgetrocknete Kehle. Bis demnächst auf diesem Kanal. Tschüss.